Wir sind bereit. Alles okay? Versprichst du mir was? Was du willst. Wenn das nicht klappt. Schalt mich aus. Das klappt. Ich hab nicht viel Zeit übrig. Ich möchte mich verabschieden können. Ich werde dich nicht verlieren. Niemals werde ich dich gehen lassen. Ich werde dich nicht verlieren. Ah! 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 Oh! Oh! Diese Glocke hat ihren Sinn. Setzen Sie sich! Ich bin da! Guten Morgen, Klasse. Heute dürfen wir einen neuen Lehrer begrüßen. Hi. Mein Name ist Pi, äh, äh, Mr. Mr. Parker. Und heute ist unser Glückstag. Weil das hier die Physikstunde ist und Physik ist der Hammer! Wissen Sie, wie einige Insekten und Vögel, Reptilien einfach über einen Teich laufen können? Stichwort Oberflächenspannung. Ich muss mal! Okay. Bei Oberflächenspannung geht es um Bindekraft. Hm. Als Gleichung ausgedrückt, Oberflächenspannung. Gamma ist die parallel zur Oberfläche einer Flüssigkeit angewendete Kraft. F dividiert durch die Länge L der Linie, auf die die Kraft einsetzt. Kann jemand... Äh... Ich... Ich... Ich bräuchte mal Hilfe. Hahaha. Äh... Mr. Morales? Richtig? Äh... Können Sie das wirklich nicht alleine regeln? Bestimmt. Hahaha. Okay, klasse. Äh... Lesen Sie Kapitel 4 oder 5. Oder irgendwas. Miles, ich brauch diesen Job. Wenn die Direktorin zurückkommt und ich weg bin, der hat dich gefeuert. Ich weiß, aber das musst du sehen. Marco, warum heute? Ich bin sowas von gefeuert. Ja! Direktorin Evans hasst mich schon, weil ich heute Morgen zu spät kam. Bro, ich hab gesagt, komm pünktlich. Schon okay. Wir sind ruckzuck zurück. Gut. Ich hab noch nen Beratungstermin wegen meiner College-Bewerbung. Oh! Dein Aufsatz ist fertig? Nicht mal angefangen. Au! Dann nichts wie in die Stadt. Kümmern wir uns schnell um Marco. Hey MJ! Hey Jungs! Ihr solltet schnell nach Downtown. Wir schwenken grad durch Brooklyn. Hat dich Jameson für den Bugle hingeschickt? Unfassbar! Dass JJJ dein neuer Boss ist. Ha! Die neue Leitung ist echt spitze. Den hast du ganz bald im Griff. Was ist mit Marco? Den hab ich seit Jahren nicht gesehen. Zeugen sahen, die über den Broadway-Ranz und Unsinn schrieben. Er wirkte wütend und paranoid. Wahnhaft. Er ist einfach explodiert. Mann! Hoffentlich können wir ihn beruhigen. Solche Kontrollverluste hab ich schon gesehen. Pass auf. Gut, dass es jetzt zwei Spider-Man gibt. Viel Glück. Danke MJ. Wir könnten hier unsere neunthüfte Line nutzen. Unmöglich. Das sind Prototypen. Nicht mal getestet. Du hast die doch dabei, oder? Kein Kommentar. Ich beda Corb, ganz ja! Das ist! Arton! Alles okay? Ja! Ich glaube, wir haben ihn! Marco! Spider-Man! Was zum...? Das ist Sandman? MJ hatte recht. Wir müssen ihm helfen, bevor er sich verletzt. Oder andere. Hat er etwa Hunger? Der Große braucht einen Snack! Er ist total irre! Wir müssen ihn schnell aufhalten! Er holt aus, Bro! Schicken wir die Trümmer zu ihm zurück! Mund auf! Wie ist das dann? Lenk ihn ab! Ich hab' die Idee! Oh, Mist! Er ist immer noch sauer, Marco! Wie wär's mit Yoga? Er ist wohl mehr der Pilates-Typ! Das war die Idee! Ich hab' nie gesagt, dass sie gut ist! Das sollte ein normaler Tag sein! Musikunterricht! Peinliche Gespräche im Lehrerzimmer! Es wird alles wieder gut! Hilfe! Spiderman! Spiderman! Eine Lieferung für dich! Heiß und fertig! Bin da! Hab' ihn! Ich hab' ihn abgesetzt! Nachdem er auf meinen Anzug gekotzt hat! Kein Einzelfall! Sandman hat noch ein paar Freunde ausgekotzt! Was dumm! Das kann er?! Offensichtlich! Ich brauche dich! Mist! Mr. Parker? Tut mir leid! Wer ist da? Direktorin Evans! Natürlich! Direktorin! Alle Schüler haben die Klassenzimmer evakuiert! Wo sind sie? Mr. Parker? Ich hab'… Los! Etwas im Auto vergessen! Was war das? Nichts! Ich bin nur… Das klappt! Ich meine… Ich bin gerade auf dem Weg! Kommen Sie zurück und kümmern Sie sich um die Schüler, sonst… Das klingt nicht zu gut! Fast geschafft! Wie läuft's bei dir? Äh, Miles? Anruf von Direktorin Evans! Oh, Mann! Ich geh' von der Schule? Hey! Du schwälzt doch nur! Ich hab' während eines Notfalls die Schüler allein gelassen! Ja, das gibt Ärger! Setman! Ich will mich diesen Namen hasse! Ich weiß, du bist sauer auf mich! Das hat nichts mit dir zu tun! Lass mich in Ruhe! Ich will dir helfen! Aber zuerst wird es wehtun! Er war wohl nicht froh über das Wiedersehen? Er ist nicht der nostalgische Typ! Lass mich gehen, sonst bist du top! Er hört nicht zu! Wir müssen eins drauflegen! Wie? Er hasst Wasser! Seine Schulter ist schon nass! Elektrizität mag er dann sicherlich auch nicht so! Du hast es geschnallt! Waffe! Wollen wir? Wollen wir wieder zurückle seaten? Wollen wir jetzt mal die Verkaufnahme? Richtig, unter hier zurück. Das war's. Das war's. Das hat gesessen! Aber wir brauchen mehr Wasser! Ich schieße mit Netzen und lad mich auf! Jetzt lasse ich erst mal das Wasser laufen! Er ist betäubt! Jetzt schlagst du! Darf ich ein bisschen Land haben? Hat hier jemand Wasser bestellt? Bam! War das in Achtung? Nein, 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 nein! Alles okay? Ich arbeite los! Ich dachte, du wärst weg! So schnell wirst du mich nicht los! Das ist ein Fall für Genki! Genki, bist du da? Alter, wie krass! Ich weiß! Pass auf! Wir brauchen viel Wasser bei der Wall Street! Ich checke das Netz! Pass auf, Alter! Sieh auf, Mr. Parker! Mach ich! Moment, was? Er weiß es? Genki weiß alles! Außerdem waren wir vorhin echt auffällig! Die Begattenschule war echt die falsche Wahl! Hey, Mann! Ich bin ja! Hey, Mann! Ah, Mann! Ah! Ah! Der ist los! Das ist los! Ah! Ah! Er спросi, Mann! Jetzt kann ich nah ran! Du willst mehr? Sehen wir, der Sache ist gesicht! Es ist nur zu eurem Westen! Zeit für den Wetterbericht, Spider-Man! 100% Regenrisiko! Genau da wollen wir ihn haben! Leute, der Wassertank auf dem Madison Building sollte funktionieren. Wir reden hier von 40.000 Beatern! Okay, danke, Genki! Ihr hättet wegbleiben sollen, Spinnen! Ist der immer noch da, wo wir ihn haben wollen? Vielleicht war ich da zu voreilig! Und der wird definitiv größer! Lesser weiter! Wir sind fast da! Der Wassertank! Spiderman? Ich wollte nur ein normales Leben, wie alle! Das geht so nicht, Marco! Für jemanden wie mich geht es nur so! Das Gerät aus der Kontrolle! Pete! Was ist passiert? Ich bin draußen gelandet! Ich bin draußen gelandet! Ich bin draußen gelandet! Wir treffen uns aus dem Dach! Der Wassertank ist die einzige Chance! Und das geht so! thrill her! Der Wassertank ist das! Doch ich bin draußen gelandet! Ich bin draußen gelandet! Wo bist du, Pete? Bleib drinnen! Was hat wohl zu tun? Ohne diesen Wassertank sind wir morgen noch hier. Ja! Immer weiter, Miles. Ich wollte nur ein normales Fliegen. Das ist doch wirklich! Jetzt ist es zu spät. Oh Mann! Warum baut Marco nicht einfach Sandburgen? Ma, alles okay? Ich bin bei Pete. Ich weiß, ihr seid in allen Nachrichten. Ich bin unterwegs nach Downtown, um die Hilfe zu koordinieren. Weckt Genki dich in der Schule? Ja! Aber ich hab noch einen Beratungstermin und die Direktorin denkt, dass ich... Ich kann mit deiner Direktorin reden. Aber New York braucht dich jetzt. Du bist die Coolste. Und bitte, sei vorsichtig. Ich hiero, Mito. Wie Ma schon sagte, New York braucht uns. Du machst es nur noch! Le Mato! Ich würde meinen Auftrag lieber darüber schreiben! Damit könnte ich auf jedes College! Oder Spider-Man könnte! Okay, das kann warten, Malz! Pass auf! Die Leuchttung, Spider-Man! Fast geschafft! Der Tank gehört uns! Jetzt gehört er ihm! Hey, sorry! Hab ich was verpasst? Wer will mich fressen? Dann geben wir ihm lieber was zu trinken! Haben wir's geschafft? Nein! Pete! Her mit den neuen Spielzeugen! Der letzte Patch für den Anzug hatte Macken! Aber wird schon schiefgehen! Die Netzflügel! Sie fliegen! Das war's noch nicht! Markau ist am Strand von Pier 4! Wenn er an den ganzen Sand kommt! Ist er wohl gerade! Ich brauche dich sofort, Malz! Ja! Ich seh ihn! Wenn hinter dir zu der Hand bleibt! Niles! 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 Worauf hab ich mich eingelassen? Beruhige dich, Marco! Unschuldige Menschen sind in Gefahr! Unschuldige Menschen sind in Gefahr! Ich um Sie! Aber nicht um... Auf Marco wollten sie nicht hören! Aber Sandmen ignorieren sie nicht! ckere Menschen sind in Gefahr! Und dann schief es! Wir sind in Gefahr! Was ist denn der? Irgendeine Idee? Ja, die Klasse ist wieder vereint. Unterriss! Markus, Strom erzeugt eine Menge Elektrizität! Was passiert mit der Oberflächenspannung von Sand, wenn man die Spannung erhöht? Kulkuris! Genau wie bei den Minis! Eins plus! Wenn du genug Energie hast, schieße ich sie direkt auf ihn! Nicht solcher Plätze drassen? Hältst du das aus? Händen wir es raus! Bro! Wie genau willst du ein Netz umlängst? Wie du sagtest, wir müssen kreativ sein! Wie! Du hast du nicht soahahaha! Wie! W Sandbr transposition! Fertig persönlich! autobibotham Nach perspectives Man... ... Mικ ... ... Jetzt oder nie Spider-Man! Auf geht's! Warum gebt ihr mich einfach auf? Weil wir diese Stadt beschützen wollen! Geht's! Alles gut? Alles gut! Ich hab Sand. Überall. Marco, alles wird gut. Gut ging es mir, schon lange nicht mehr. Wenn du Hilfe benötigst, musst du nur fragen. Ihr seid diejenigen, die Hilfe brauchen, wenn sie euch holen kommen. Und so hin? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Alter macht dich langsam, Sergei. Das wirst du nicht erleben. Ich beschatte dich seit Stunden. Du hast nichts gemacht. Ich habe mich klar ausgedrückt. Eine Beute, die mir gewachsen ist. So, wie wäre ein neues Jagdgebiet? Einfach das Feuer. Die große Jagd beginnt. Du hast nichts gemacht. Und das ist die ganze Zeit. Die große Jagd-Gestalt ist jetzt am meisten. Die Karte ist die pasa mit, dass es determination ist. Aber die Karte ist sehr klar. Ich bin sehr, sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020